so jetzt läuft die aufnahme ja war ein guter headshot in dem letzten spiel auf jeden fall den ich da vom weiten gegeben habe aber ja durch ich wurde durch das krass von dem wallhacker weg gehadshotted was soll ich da machen so wir versuchen mal das ist ja übelst knapp ja geil bitte darf ich meine waffe wieder haben alter ich dachte die wäre dort unten ok der wird beschossen so so ja denke ich habe eine bombe geliegt ja ich würde sagen wir klären mal hier das haus ich bin von allen seiten geben hier aber hier könnte doch was sein doch nicht schade ok ok wir sammeln uns aha ok ich habe es gesehen ja ich bin von allen seiten unser schimpel sehr schön very nice das gesehen ich konnte da war gerade so eine unsichtbare wand ich selbst kriegt einen headshot aber der kommt kommt davon Für den Headshot hat es aber eh nicht zu viel Leben gekostet, dass du auch 67 hast. Wie ist denn das mit dem Schild, wenn du es nach vorne zeigen lässt, kannst du auch noch schießen oder? Was, was? Wie das mit dem Schild ist, wenn du es nach vorne zeigen lässt, kannst du auch noch schießen oder? Ähm, nee, nee, geht nicht. Cool. Ich glaube, dein Mate hat dich geäußert. Ja, ja. Ich suche trotzdem nach einer Pistole. Das ist aber alles. Oh fuck, ey. Ich habe gerade so den Lockvogel gespielt. Ah, der ist ein bisschen frech, muss ich sagen. Ich wollte mir meine Loot wegstehlen. Ja, und vor, ich soll auch als erster vorgehen, ne? Ja. Schön machst du das, mein Freund. Okay, passt. So, es hat irgendjemand eine Auge. Wir sind ja heute nur Cheater am Start. Das ist ja schwierig. Nicht Cheater, aber Wallhackie. Okay. Der hat mich ja gerade übelst durch das Gras beschossen, ey. Okay. Ja. Ah, Diatronus auch. Okay. Okay. Okay, wir müssen jetzt mit dem... Mit dem Wissen spielen, dass hier ein Wallhacker am Start ist. Da ist sehr vorsichtig. Ah, ich werde da wahrscheinlich sowieso drauf gehen mit den 60 HP. Das Problem bei den Wallhackern, dass die größere, für die sind größere Distanzen umso besser. Weil die dich dann schon vom Weiten sehen. Ich würde mich mal interessieren, wie sowas aussieht aus Sicht eines Wallhackers. Also da sieht man von Anfang an gleich alle Gegner, wo die sind. Genau, ja. Da sieht man komplett alles. Was? Du hast écritst. Ja, zwei gegen zwei, ich habe die noch gute Chancen. Ich habe die noch gute Chancen. Ja, zwei gegen zwei, ich habe die noch gute Chancen. Hallo? Wow. Wow. Okay. Ja, also ehrlich gesagt, zu Beginn waren gute Action, aber das Ding ist halt, sowas gefällt mir halt auch nicht so gerne. Ja, weiß nicht. Vermutlich lösche ich das Video. Es war, ja mal sehen, vielleicht gute Action, aber... Ja. Ja.